Reinhard Hemmerle von der Mohrenbrauerei. Derzeit ist ja ein Dispo-Stop von den Mohrenkleingebinden im Spar. Wie ist es dazu gekommen? Aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren sind wir gezwungen worden, die Kosten, die uns natürlich sehr stark drücken, bei Kleingebinden an den Kunden weiterzugeben und offensichtlich ist das Spar der Meinung, dass das nicht möglich wäre. Und wie viel hat sich denn der Preis bei den einzelnen Flaschen erhöht? Also die Mehrerhöhung, die ist ja eigentlich wichtig. Die Mehrerhöhung beträgt 2 Cent bei einer Pfiffflasche und 3 Cent bei einer Spezialflasche, was dieses Kleingebinde uns in der Produktion kostet. Wie geht es denn jetzt weiter? Ab wann können vielleicht die Leute wieder mit Kleingebinden von Mohren in einem Spar rechnen? Ja, ich denke sowohl für uns als auch für die Spar ist es wichtig, dass unsere Produkte für die Kunden verfügbar sind und wir arbeiten miteinander mit Hochdruck daran, dass auch eine Lösung kommt. Also ich denke schon, dass wir da ziemlich bald eine vernünftige Situation schaffen können. Was wäre denn für Sie beziehungsweise für Spar vielleicht die ideale Lösung? Ja am Ende des Tages ist für uns ganz klar, dass der Konsument entscheidet, ob ein Produkt bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Der Konsument sollte das selbstständig entscheiden dürfen und somit müssen wir ja schauen, dass Mehrwert, und das ist ein Mehrwert, wenn ich Kleinverpackungen für den Kunden mache, auch an den Kunden weitergeben kann. Können Sie vielleicht noch erklären, warum kosten denn diese Kleingebinden mehr als wie zum Beispiel die Kiste? Ja, unser Normalgebinde ist ja die Kiste und bei einem Kleingebinde müssen Sie sich vorstellen, dass anstatt vier Arbeitsgänge zwölf Arbeitsgänge nötig sind mit sehr viel Handarbeit, weil es eben ein kleinerer Bereich ist und wenn ich damit dreimal so viele Arbeitsgänge habe, plus natürlich das Material, die Verpackung, dann dürfte für jeden klar sein, dass das einfach mehr Geld kostet. 17. 21. 20. 22. 22. Vielen Dank.